kicker convention ist vorbei die erste tatsächlich mit dem thema eSport war ein hervorragendes event wir haben die welten sport eSport sehr sehr gut miteinander verbinden können haben darüber hinaus uns darüber gedanken gemacht wie die marken denn im eSport aktiv werden können wie breit gefächert die branche hier abgedeckt ist man trifft hier neue leute man kann neue kontakte knüpfen potenzielle neue partner zu treffen verbindungen zu pflegen kontakte zu pflegen das highlight ist die vielfalt der themen und dass man begreift dass man im kleinen teil des eSbergs über wasser sieht und das unterwasser noch viel mehr schlummert